Der HSV und sein schwieriger Spagat zwischen Ambition und Realität. Der Nordklub hat ganz klare Ziele. Wir wollen gerne in die Europa League. Es ist wichtig, dass wir jedem zeigen, dass wir da bereit sind. Die Europa League soll es werden. Letztes Jahr wurden die Hamburger Siebter und schrammten knapp am internationalen Geschäft vorbei. Wir haben uns ja dieses Jahr so eingestuft, dass wir um die Europa League Plätze mitspielen wollen. Die Hamburger klingen überzeugt von sich selbst. Das Selbstvertrauen ist trotz der schlechten Testspielergebnisse intakt geblieben. In diesem Jahr sind wir reif dazu, das auszudrücken in Worten und auch das anzugehen. Warum sollten die Alarmglocken auch schrillen? Mit den Ergebnissen der Vorbereitung kann man sich nichts kaufen. Was zählt, sind die Pflichtspiele. Wir haben, denke ich, eine Vorbereitung gespielt mit Höhen und Tiefen. Aber ich glaube, jede Bundesliga-Mannschaft hat in der Vorbereitung Höhen und Tiefen gehabt. Selbst Bayern München hat mal gegen Dortmund verloren. Also von daher nichts Besonderes. Wichtig ist sowieso immer erst der erste Spieltag. Dennoch überwiegt bei vielen die Skepsis. Was kann dieser HSV-Kader wirklich? Die Rothosen mussten ihren besten Spieler im Sommer abgeben. Heung-Min Son wechselte zu Bayer Leverkusen. Der Kader sollte, soweit es geht, verdünnt werden. Die Kassen sind leer. Spieler wie Salah oder Markus Berg wurden abgegeben. Weitere Spieler stehen auf dem Abstellgleis. Ein Paul Schaner fühlt sich ungerecht behandelt. Kein Kommentar. Kein Kommentar. Es ist immer was los im hohen Norden. Meistens gibt es immer jemanden, der im Verein irgendetwas Negatives findet, sucht. Und dieser wird dann immer auch von den Journalisten gefunden, der das dann erzählt. Und deswegen steht jeden Tag eine negative Nachricht in der Zeit. Fink lässt das alles kalt. Verstärkt wurde der Kader mit Kickern wie Johann Giroud, Jacques Zoua oder Lasse Sobiech. Zoua sollte neben Westermann der Stabilisator in der Abwehr werden. Momentan ist er verletzt. Zoua kam in Basel zuletzt meist nur noch als Joker zum Einsatz. In insgesamt 86 Partien gelangen ihm 14 Tore. In Hamburg ist er die einzige echte Sturmalternative zu Artyoms Rudnevs, da Maximilian Beister eher über außen kommt. Die Hamburger bemühen sich weiterhin um einen neuen Angreifer. Abwehrriese Sobiech wurde letztes Jahr vom BVB an Fürth ausgeliehen. Ab der Rückrunde war er Stamm. Die Kleeblätter kassierten insgesamt 60 Tore. An ihm alleine hat es natürlich nicht gelegen, aber... So argumentieren die Kritiker des HSV. Es fehlt an Qualität. Trotz der Adlers, Jansens, Aogos und Co. Und trotz der neuen, vielversprechenden Talente im Kader, wie Karl Hanoglu, Demir Bay oder Tha. Kapitän Raphael van der Waart kann das ganze Gerede nicht mehr hören. Wir sagen, dass wir so viel kommen da immer. Wir wollen einfach spielen und genießen und gewinnen. Wundertüte HSV. Das Team glaubt fest an sich. Der Rest Fußball Deutschlands nicht. Aber das interessiert beim Bundesliga-Tino keinen. Wir dürfen uns nicht davon ablenken, sondern vor allen Dingen ich und die Mannschaft müssen uns auf unsere Leistung auf dem Platz konzentrieren.